Es ist eine riesige Freude, mit Gottes Volk zusammen zu sein. Gottes Leute sind die glücklichsten Menschen. Gottes Leute sind die glücklichsten Menschen. Die Christen sind die glücklichsten Menschen. Die Christen sind die glücklichsten Menschen. Aber einige sind glücklich, andere nicht. Ich möchte die Worte von Gott erst lesen. Ich möchte zuerst ein Vers aus dem Lukas-Evangelium lesen. Kapitel 7, Vers 11-17. Vers 11-17. Lukas 7, 11-17. Ich kann es lesen. Und danach geschah es, dass er in eine Stadt mit Namen Nein zog. Und seine Jünger und viel Volk zogen mit ihm. Als er sich dem Stadttor näherte, da wurde gerade ein Toter herausgetragen, der einzige Sohn seiner Mutter. Und die war Witwe. Und eine staatliche Zahl von Leuten aus der Stadt war bei ihr. Und als der Herr sie sah, hatte er Mitleid mit ihr und sagte zu ihr, weine nicht. Und er trat zur Bahre und er fasste ihn an. Da blieben die Träger stehen. Und er sprach, junger Mann, ich sage dir, steh auf. Und der Tote richtete sich auf und begann zu reden. Und er gab ihn seiner Mutter wieder. Vor ergriff alle. Und sie priesen Gott und sagten, ein grosser Prophet ist da weg geworden unter uns. Und Gott hat sich seines Volkes angenommen. Und die Kunde von ihm verbreitete sich in ganz Judäa und in der ganzen Umgebung. Als Jesus in diese Stadt von Nahen eintrat. Er war entstanden in Nahen mit seinen Jüngern. Er war der Artenweg dort hier mit seinen Jüngern. Er betete mit den Menschen, er ging auf ihre Nöte ein, er hörte auf sie. Und er sah dann diese Frau, die am Weinen war. Sie war wirklich am Weinen. Sie war sehr laut am Weinen. Und Jesus sah sie. Und Jesus hat sie gesehen. Jesus sah sie. Sie ging zu ihr, weil er ein Erbarmen spürte. Und er wollte von ihr wissen, was ist los. Warum weint sie? Warum weint sie? Sie weint, weil ihr Sohn gestorben war. Aber er wurde getragen da in diesem einfach offenen Sarg. Und sie weint eben, weil Tod ist Tod. Das ist das Ende. So his mind was went to this cabin and he was so has crying. He was so has crying and she was crying. Oh, he was crying, 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 crying. Jesus kam eben in diese Situation hinein und er sah diese Frau einfach nur schreien und weinen. Why is she crying? Because his only son died. Ja, warum? Eben, weil ihr einziger Sohn gestorben war. It was very bad. It was very difficult. Das war sehr schlimm für sie, sehr, sehr schwierig. Das war sehr schlimm für sie, sehr, sehr schwierig. Der einzige Sohn war gestorben. How do you feel? Wie fühlt man dich da? How do you feel? Wie fühlst du dich da? How do I feel? Wie würde ich mich da fühlen? Jesus kreit. Sie weinte. Sie kann es gar nicht ertragen und wem soll sie es wirklich mitteilen können, wie es ja jetzt gerade geht? So his compassions went to her heart. He was compassions for her. And she said, I cried. So he said to a caffeine and say, to a young man to get up from the coffee. Get bored. You know, to get up. Er spürte dieses Erbarmen. Er ging hin und sprach dann zu diesem toten Körper. Steh auf. Compassions is something we need. Erbarmen, Mitgefühl. Es ist etwas, was wir nötig haben. Jesus had a pull of compassions for the people. Jesus war voll von diesem Mitgefühl für die Menschen. His ministry was pulled up compassions for the lady. Sein Dienst war erfüllt von diesem Erbarmen für die, die notleiten. He was pulled compassions for the people who are suffering. Er war voller Erbarmen für die Menschen, die am Leiden waren. He was pulled up compassions for the people who have a COVID. Er war voll von Erbarmen für die Menschen, die COVID hatten. You know, in the last year of the whole world's supper, but because of COVID. Ja, in den letzten Jahren war die ganze Welt am Leiden wegen diesem COVID. Many thousands of thousands of thousands of people died. Thousands of people died from Menschen starben. Many people lost crying all over the world. Viele Menschen rund um den Erdball waren am Weinen. There had no medicine for that. Sie hatten keine Medikamente. The medical never helped them. Die Medizin kam nie zu ihnen. Und sie starben. Aber du und ich, wir hier Kollegen. Jetzt du und ich, wir sind heute hier. Because of the compassions. Wegen Erbarmen. Wir leben wegen dem Erbarmen. Jesus hatte dieses Erbarmen für diese Frau. So, ha, wenn Jesus hatte Kapin, dann arm, der body was gerannt. Viel besser. Ja, als Jesus diesen toten Körper berührte, da setzte er sich auf. Was für eine Freude war das für sie. Was für eine Freude. Wie ist das passiert? Because his love, the compassions, the love, was given to this man, to the Lord, and he was able to stand. Das war, wegen Erbarmen. Wegen Erbarmen. Die da aus. Und, uh, Kinausking. Then he, Jesus gave his son to the, and over to the mother. Jesus konnte so den, äh, den, äh, den Sohn ihrer Mutter wieder übergeben. Was für eine Freude. Sie war stabil. Sie war noch nicht, man ist schlecht. Ich weiß nicht, aber sie war, sie war, sie, sie war bedorben. Sie war, sie war, sie war, sie war, sie war bedorben. und jetzt erhielt sie ihren Sohn wieder zurück Jesus hat jeden von uns von Covid geheilt wir dürfen wirklich Gott Danke sagen dass wir heute reden und das ist wegen seinem Erbarmen wir haben Erbarmen nötig der Dienst den UCF tut das ist ein Dienst des Erbarmens wenn wir keine Vision haben keine Erbarmen keine Mission dann geht gar nichts du siehst das Herz der Menschen es geht um Menschen die sind die wichtigsten auf dieser Welt wir sind in Sri Lanka und wir haben viele Probleme jeden Tag wir haben hier viele Probleme in dem Land politische Probleme politische Probleme politische Probleme wir leben in einer sehr schwierigen Zeit es ist schwierige politische Situation wirtschaftliche Situation religiöse Streitereien es ist schwierig zu leben es ist ein buddhistische Land es ist ein fast totalitäres buddhistisches Land nicht nur 1% nur 7% denumination warum die Christen sind 7% aber nicht nur 1% die Christen leben in der Land Christen gibt es nicht einmal 1% in Sri Lanka so day by day politisch wir haben viele Probleme und die Menschen dividen die religiöse die buddhisten sind 1% die christlichen sind 1% die hindu sind 1% die muslims sind 1% es ist immer dividen es sind immer Spannungen da da ist eben die buddhistische Mehrheit dann sind die Christen dann sind die hinduisten dann sind die muslims die sind immer unter Spannung es ist sehr wichtig die Menschen müssen zusammen leben es ist so wichtig dass die Menschen zusammen leben das geschieht eben leider nicht manchmal sind es sogar die Christen gegen Christen denuminationen gegen denuminationen das ist kein gutes Zeichen so wir sind die ministerie der United Christian Fellowship das ist eine ministerie wir arbeiten zusammen mit allen wir wollen zusammen 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 deshalb sind wir eine United Christian Fellowship also eine vereinigte christliche Gemeinschaft wir arbeiten mit allen Christen zusammen mit allen Denominationen wir dürfen nicht gegen einzelne Denominationen reden gegen Pfingstler oder gegen Protestanten oder so das dürfen wir einfach nicht das dürfen wir uns nicht leisten aber wir haben eine Verantwortung wir haben eine Verantwortung Das ist eigentlich der letzte Befehl, der grösste Befehl, den Jesus dann gegeben hat. Geht zu den Völkern, verkündet das Evangelium. Das ist das, was UCF tun möchte. Zu dienen dort, das ist sehr, sehr schwierig. Es ist keine einfache Aufgabe, wir sind verfolgt worden. Ich war oftmals bei der Polizei. Manchmal musste ich auch vor das Gericht, weil Nichtchristen uns angegriffen haben. Was sollen wir tun? Das müssen wir tragen. Es gibt Freunde, die sagen uns, warum bleibst du in Sri Lanka? Komm doch zu uns, wohne bei uns. Sri Lanka ist ein Problemland. Dann sage ich, nein, meine Berufung ist hier. Ministry is a commitment. Ministry is to sacrifice. There is no sacrifice. Genau, dienen bedeutet Hingabe, dienen bedeutet Opfer. Dienen ohne Opfer, was ist das? Viele wollen gar keine Opfer bringen. Sie möchten ein bequemes Leben haben. Sie möchten keine Opfer bringen. Was ist besser? Sacrify. Jesus kam und opferte sich. Der begegnete vielen Problemen der Menschen. Working with the people is always problem. Mit den Menschen zu arbeiten, bedeutet immer auch Probleme. Working with the churches is always problem. Mit den Gemeinden zu arbeiten, bedeutet immer Probleme. Working with the community is always problem. Mit Gemeinden oder örtlichen Körperschaften zusammenzuarbeiten, bedeutet immer Probleme. Der begegnete? Was weiß man? Das ist ein guessgeres Weg, oder ein harten Weg? Man kann einen atheistischen Weg wählen, oder einen harten Weg. Sie sagen, wir wollen den easiest Weg. Wir sagen, eigentlich möchten wir gerne... We don't want to go out. Oh, ja, genau. Oh, this has fallen down. Thank you. My mouth is better than this. It works now. Thank you. What is the best way? What is the best way? We are called to be sacrificed. We are sinful, sinful, and hopeful to bring you. It is very easy. This is not life, but you need a God's grace. But you need to see deeper and deeper people who meet you. You are not able to think of the same way. They are aware of thinking, they are aware of the same cultivations. You get ten people who have ten ideas. You have ten people, and there are ten different perspectives on how you want to work with these people. How do you want to work with these people? How do you want to work with these people? We need God's grace. We need God's grace. We need God's grace. We have a problem many times in the last 35-40 years of my ministry. In the last 35-40 years of my ministry, we have many problems with many problems. Especially working in the Buddhist area. We work in a Buddhist area. We work in a Buddhist area. Really hard. That is very, very hard. Sometimes working with the Christian also hard. Manchmal ist es auch hart oder hart mit den Christen zu arbeiten. They are not all in one way. Sie sind nicht alle so eignütig. So we need to peace everybody. We need to cope with everybody. What was the problem? We call it. We pass the problem. Well, I guess we have to go past the problem. We cannot go away. Wir müssen den Frieden suchen. Wir müssen uns konfrontieren lassen mit diesen Herausforderungen und müssen es anpacken. Wir können nicht einfach flüchten davon. So we have a 20 staff in the field working in the field workers. Wir haben etwa 20 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die in den entlegenen Dörfern arbeiten. Some leaders are a problem. These problems are services to some leaders. They attack us. Da gibt es Gebiete, da sind unsere Gottesdienste angegriffen worden und bedroht worden. Ja, ja, bei den buddhistischen Mönchen sozusagen. Manchmal eben auch buddhistische Mönche orchestriert. Sie organisieren große Demonstrationen gegen uns. Das sind Verfolgungen, mit denen wir konfrontiert sind in unserem Land. Christen sind eine sehr kleine Gruppe in Zeeland. Christen sind eine sehr kleine Gruppe. Nicht mal ein Prozent. Es werden schon etwa sieben Prozent genannt mit den grossen traditionellen Kirchen. Aber so evangelische Kirchen oder Gemeinden, da gibt es nicht mal ein Prozent. Wir müssen für die Gemeinde beten. Wir müssen für die Gemeinde beten. Die Gemeinden müssen auch auf Einheit, zusammenstehen, konzentriert sein. Ich glaube an diese Einheit. Ich bin sehr, sehr von dieser Einheit überzeugt. Auch zu den Leitern spreche ich sehr oft über Einheit. Ich ermutige immer wieder auf Leiter, dass sie zusammen in der Einheit miteinander beten. Wir arbeiten ja in einem buddhistischen Umfeld. Wir haben eine Kirche in Dambulla, da bin ich selber schon übersetzt gewesen. Wir haben das größte, größte Tempel in Dambulla, Big Buddha. Da ist einer der ganz grossen Tempel in Dambulla mit einem riesigen Buddha. Die buddhistischen Leiter haben gesagt, jede Kirche, die in die Nähe kommt, werden wir niederbrennen. Bevor wir dort unseren Dienst begonnen haben, war eine ganz kleine christliche Gruppe, die sind quasi vertrieben worden. Ja, da kamen so eine Art wie Banden, die werden dann irgendwie bezahlt und organisiert. Die kommen dann und haben eben die christliche Gemeinde bedroht und weggesandt. Weil sie in der Nähe des Tempels sind. Es ist ein sehr reicher Tempel. Es ist ein sehr reicher Tempel. Die Leute kommen aus dem Land, die sich mit einem großen, großen, großen Tempel haben. Es ist ein sehr reicher Tempel. Es ist ein, in dem Sinne eben eine, quasi eine, wegen allen berühmtheitischen Tempel, da kommen die Leute sogar aus der ganzen Insel der Team. Opfern ihre Opfer und so weiter beten dort an. Wir haben jetzt eine Gemeinde ganz neu bei diesem Tempel. Sie nennen Dambulla eine heilige Stadt. Wieso heilig? Wegen diesem Tempel. Die hier, der Tempel liegt. Es ist ein ganzes Tempel. Und wir haben hier, da, 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 da. Die Gemeinde dort seit etwa 8 Jahren und es ist sogar relativ in der Nähe dieses Tempels. Es hat begonnen mit einer Familie, jetzt sind es 40 Familien. Und auch immer sage ich immer wieder dem Pastor dort, Du musst sehr, sehr vorsichtig und weise sein, wie du dort arbeitest. Sei ganz vorsichtig, wie du mit den Leuten umgehst. Versuch gute Beziehungen zu den Nachbarn aufzubauen. Hänge nicht den grossen Pastor aus, da gibt es auch diese Symbole, die immer so kriegen und so. Geh nicht hin und treibe den Teufel aus und so und mache grosse Worte. Sei ganz ruhig, tue deinen Dienst. Wenn du den Dienst beginnst, sei ruhig, bete im Haus, nimm dir Zeit. Wir haben ein Haus wie das in der Kirche. Wir haben ein Haus in der Kirche. Wir haben jetzt einen Raum, einen Gemeinderaum. Näher zu dem, der Pastor war in der See. Gott quasi als Anbau zu dem Haus, wo der Pastor lebt. Lade die Leute ein, zum Tee, zum Gespräch. Zeige dein Interesse, zeige dein Erbarmen den Menschen. Als Christen geht es um Erbarmen. Als Pastor sind wir gerufen, Erbarmen zu zeigen. Lauf nicht herum und posaune raus, Gott ist gross und mächtig und so, sondern diene den Menschen. Zeige ihnen Erbarmen. Zeige deine Liebe, zeige dein Erbarmen. Jetzt sind es 40 Familien dort. Der Tempel ist in der Nähe. Greife dich den Tempel an. Rede nichts Schlechtes über Buddhismus oder sage, die sollen aufhören. Du sollst nicht sagen, Buddha ist schlecht und Christus ist gut. Sei weise. Deine dienen mit, wie Jesus dein Leben verändert hat. Ja. Dann merken die Menschen, du bist hier, weil du das mitteilen möchtest, was du erlebt hast. Und helfe ihnen. Weil wenn sie eine Neuheit haben, wenn sie nicht glauben können. Christen oder nicht. Und helfe ihnen. Es ist okay. Für jemanden. Wenn du Nöte siehst, versuche zu helfen, ganz egal, ob es Christen sind oder nicht, spielt keine Rolle. Aber wir haben wirklich Familien. Jetzt sind es 40 Familien. Mit Einbrachen. Wir danken Gott dafür. Wir hatten einen Pastor und er war zwei Jahre alt. Wir hatten Probleme mit ihm. Wir haben noch mehr. 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 Es war zuvor ein anderer Pastor. Wir haben mit ihm Probleme bekommen. Und nachher wurde es, wir mussten ihn kritiken. Und jetzt ist ein neuer Mann dort. Es sind Familien, die im Dorf vernachlässigt sind. Wir haben eine Familie. Eine Frau nähe von Damula. Den Namen kann ich nicht wiederholen. Karunavati. Karunavati. Ja, genau. Okay. Du verstehst. Okay. Ihr Mann ist ihr davongelaufen. Sie war 14 Jahre verheiratet. Sie hat vier Kinder. Sie war eine Buddhistin. Ich bin in ihrer Dörflein, so einen Weiler nebenan, zu ihr gegangen mit einem Mitarbeiter. Etwa zehn Kilometer ausserhalb von Dambula. Ich ging zum Dorf. Sie hat eine kleine, wirklich eine Hütte. Sie hat kein Wäldseh. Und einige andere arme Hütten rundherum. Ich fragte, kann ich dich beten? Ja. Das Herz war offen. Da kamen andere zwei Familien, sie haben sich dazugestellt. Aus einer Familie wurden drei Familien. Ich habe für sie gebeten. Ich habe für sie gebeten. Ich bin alle weg von Damula. Ich war für uns. Freie aus. Von mir dorthin sind es vier Stunden. Da bin ich hingefahren. Es war weit weg. Es war ermüdend. Aber ich wollte sie wieder treffen. Sie hat geweint. Sie hat aus ihrem Leben erzählt, wie schwer sie es hat. Sie hat als Arbeiterin in dem Dorf gearbeitet. Es ist eine sehr kreise Gebiet. Ganz trockenes Gebiet. Kein Reden. Trinkwasser ist ein Problem. Das Dach war defekt. Wenn es mal regnete, wurde alles im Haus nass. Manchmal waren plötzlich Schlangen und Kobras im Raum. Manchmal sah sie die Schlangen oben auf dem Dach ins Haus schleichen. Sie schlief auf einer Matte mit ihren vier Kindern und schlief sie am Boden. Der Mann hat sie verlassen. Ihre alte Mutter war auch noch dort. Drei oder vier Häuser um sie herum. Sie war am Weinen. Erbarmen. Weinen. Sie weint der Ritz Hall. Wenn sie zu wenig zu essen hatte. Zu essen für vier Kinder. Vier Kinder. Wie sollte sie ihr tägliches Leben bewältigen? Ich habe mich so schlecht gefühlt, ich habe ihr ein wenig Geld gegeben, damit sie Reis kaufen konnte. Ich habe meinem Pastor dort gesagt, du musst sie regelmäßig besuchen. Und einfach schauen, was wir tun können. Wir konnten es einrichten, ihr ein neues Dach, also das Dach auszuwechseln in ein Dach, das dann eben Stand hielt. Sie hatte kein WC. Sie machten ihr Geschäft irgendwo dann im Dschungel. Und es ist nicht so harmlos dort, es hat auch wilde Elefanten dort, die sind sehr sehr gefährlich. Hast du Menschen gesehen, die so leben müssen? Hast du Menschen gesehen, die so leben müssen? Die Familien, die auch mit den Gefahren der wilden Elefanten irgendwie leben müssen. Was machst du? Was denkst du? Was hast du gesagt? Was hat Jesus gesagt? Was hat Gott gesagt? Und wir brauchen diese Menschen. Wir sind Kompressoren. Wir sind Kompressoren. Was sollen wir tun, wenn wir solchen Menschen begegnen? Jesus hat uns gelehrt. Wir sollen Erwarmen zeigen. So, sie haben, das ist eine Geschichte. Karuna, was du sagst. Wir haben eine Runde. Die Wälder sind nicht so stark. Es ist ein Klee. Es ist ein Klee. Es kann bei jeder Zeit verlassen werden. Wir haben eine Toilette. Eine wooden Toilette. Eine sehr einfache Toilette. Es ist nicht eine expensive Toilette. Es ist nicht eine permanent Toilette. Es ist eine wooden Toilette. Weil wir nicht Geld haben. Wir haben versucht, das Dach zu reparieren. Die Wände waren aus Lehm. Bei Regen wird das wieder weich. Das war nicht so gut. Aber das konnte im Moment so bleiben. Aber WC war noch wirklich ein Problem. Wir haben ein ganz einfaches, billiges WC. Einfach aus Holzbrettern zusammengezimmert. Wir hatten kein Geld. Aber wir versuchten, das zu tun, was wir konnten. So haben wir mit ihr und für sie gebetet, dass es irgendwie möglich würde, wenigstens eine Hütte mit einem Raum, mit anständigen Wänden und so weiter errichten zu können. Die Frau kam immer etwa 14 Kilometer zu Fuß mit ihren Kindern. Sie war immer noch Buddhistin und kam in die Gemeinde. Sie wusste nicht, wie man betet. Wenn die anderen beteten, machte sie einfach so. So haben wir etwas Geld gesammelt, dass sie wenigstens mit dem Bus kommen konnte. Das ist ja eine Witwe. Eine Witwe. Eine Witwe. Eine Witwe. Eine Witwe. Eine Witwe. Es ist ein Herz für uns. Sie ist ein Segen für uns. Sie ist ein Segen für uns. Wo sind wir die wilden Elefanten? Wer wird gehen? Denn jeder ist Angst, dass sie gehen. Jeder will nicht gehen. Niemand wollte sie wirklich besuchen, weil es ein gefährliches Gebiet ist, wegen den wilden Elefanten. Man kann wählen zwischen dem einfachen Weg oder dem schweren Weg. Wir sind als Pastoren berufen, irgendwo und wie möglich zu waffen, den Menschen zu dienen. Es gibt auch noch weitere solche Menschen. Ich erzähle euch einfach mal diese spezielle Geschichte von dieser Frau. Frau Prepo hat, betet für Sie, Sie haben einen Raum für Wille. Dass wir einen Raum für Sie herrichten können. Sie haben einen kleinen Raum. Sie haben ein wenig Land, ein kleines Stück Land, und dass wir dort etwas für Sie herrichten können. Wir haben keinen Transport von Dabula in der Wille. Es ist sehr schwer zu finden. Es ist praktisch verkehrstechnisch nicht erschlossen. Einmal im Tag fährt ein Bus, aber manchmal taucht er dann einfach nicht auf. So das passiert. Manchmal, wenn wir helfen bei einer anderen Person, die andere Person geht und geht uns. Die andere Person sagt, oh, nur um Hilfe zu helfen. Die andere Probleme sind auch da. Da kommen neue Probleme hinzu. Wir helfen einer Frau, und da kommen die Nachbarinnen, sind einversüchtig. Warum hilfst du, dieser wird geholfen und uns nicht. So sind die Menschen. Manchmal ist es sehr, sehr herausfordernd. Wenn du einer Person hilfst, dann ist die andere beleidigt. Die andere Person kommen. Ein Versuch. So ist es. So ist es. Es ist ein Mensch. Das ist halt, wie die Menschen sind. Aber manchmal sind es auch Christen, die so reagieren. Wir können die Menschen machen. Es ist schwierig, manchmal. In der Church, wir können gar nicht alles. Ja, wir können, wir haben nicht die Möglichkeit, allen zu helfen, in dieser Ministry. So was heißt dienen? So, we are compassions, full of compassions, der Christen. The pastors, the people, the believers, the leaders, have compassions for the people. And that's the ministry, compassions. This is a compassions. Als Christen, als Pastoren, als Gemeinde, da geht es um Erbarmen. Da sind wir dazugerufen. Den Notleidenden zu helfen. Deine helftende Hand aufzustrecken. Der Mann, der am Leiden ist. Der Mann, der am Leiden ist. Der Mann, der am Leiden ist. Da auch von Covid am Leiden ist. Der Schwierigkeiten hat. Zu schauen, wie können wir helfen. Betet für diese Frau. Dass wir einen kleinen Raum für sie herrichten können. Betet Gott, we speak to some people hard. Here I am. Wir beten immer wieder für Menschen, deren, wenn Gott das Herz bewegt, mitbeten, dass Menschenherzen bewegt werden, um zu helfen. Es geht darum, dass sein Auge vererlicht werden. Das ist das, wo du und ich dazu berufen sind. Wir beten und bei, balt, bei axten, so our law and compassion, by praying and by doing, by praying and doing. Not only prayer. Not only doing, but together to help with Paul. Together. Wir beten. Wir versuchen zu handeln. Wir beten. Wir handeln nicht ohne beten. Und wir beten nicht ohne handeln. Together. Das gehört beides zusammen. Das ist das, was Jesus auch vergesinnt. Er hat 5.000 Menschen gespiesen und hat auch gepredigt. Er hat nicht einfach gesagt, Gott segne euch, gute Heimkehr. Wir brauchen Gottes Hilfe für uns, Menschen brauchen unsere Hilfe, wir können anderen Menschen helfen. Es gibt viele solche kleine Weiler oder so Häuser, die da einfach weit weg vom Zeugs stehen. Ich habe jetzt nur eine Geschichte erzählt, da gibt es viele solche Geschichten zu erzählen. Wir brauchen Gottes Volk, dass sie mit uns beten, mit uns nachdenken. Er hat uns an viele Orten gesegnet. Er fragt jeden von uns, was kannst du für mich tun? Unser Dienst ist ein Dienst des Erwarnens. Er ist ein Dienst des Erwarnens. Ja, eben Erbarmen, um Menschen zu helfen. Danke. Danke. Gott bless Sie. Ja, herzlichen Dank. Gott segne euch. Dankeschön. So, shall we have to be here also? Ja, natürlich. Vielen Dank.